Musik Über 500 Jahre alte Wehrturm von Samenstein droht in die Tiefe zu stürzen. Die B3 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Derzeit ist unklar, ob der Turm saniert werden kann oder abgetragen werden muss. Der Wehrturm ist ein Wahrzeichen von Samenstein St. Nikola. Er wurde im 15. Jahrhundert errichtet. Über 500 Jahre später droht ein Bauwerk, das sogar im Wappen des Ortsteils Samenstein verewigt ist, der Untergang. Vor zwei Wochen waren bereits Teile des Turms abgebrochen und auf das Bangleas gestürzt. Geologen diagnostizieren daraufhin aktuelle Einsturzgefahr. Im Inneren des Gebäudes befinden sich Geröll und Schutt. Vor über 100 Jahren war ein Teil des Turms abgetragen worden. Die Reste wurden einfach ins Innere befördert. Musik 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 Amen. Amen. Amen.